Einer weniger. Drei weniger. Ihr wisst, wohin das führt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte euch nur ganz kurz einmal zeigen, wie diese Stacks von Hermann funktionieren. Bei der Expertise braucht man ja 25 Stück, damit die erste Fähigkeit hier wieder aktiv wird. Und dazu habe ich mir zwei Barbaren hier ausgesucht. Und das hat auch einen Grund. Wir sehen das jetzt hier. Wir haben jetzt hier zwei Stufen oder Stacks nennen sie sich. Bei jeder Fähigkeit, die er macht, kommen zwei Stück hinzu. Jetzt sind wir bei vier. Jetzt sind wir bei sechs. Und die werden zusammengenommen. Wir sind jetzt hier also insgesamt jetzt gerade bei 20 Stufen. Jetzt sind wir hier sogar bei 28. Das heißt, wir haben die 25 überschritten. Und jetzt macht er seinen Fähigkeitsschaden auch häufiger. Das solltet ihr sehen, solange wir die jetzt haben. Jetzt haut er sie raus. Jetzt haut er sie wieder raus. Jetzt wieder. Jetzt dauert das gerade wieder ein kleines bisschen. Jetzt kommt die Fähigkeit wieder. Wahrscheinlich wird sie jetzt auch noch mal relativ schnell kommen oder auch nicht. Jetzt kommt sie wieder. Wir können uns das gleich noch mal kurz im Skillbaum angucken. Äh, im Skillbaum. Im Kampflok. Noch mal eine. Und noch mal eine direkt hinterher. Hat man jetzt ganz gut gesehen. So, hier haben wir jetzt nur noch 15 Stacks. Das wird auch nicht mal auf 25 gehen. Das heißt, wir werden jetzt diese Fähigkeit, also die Expertise, Expertise nicht mehr auslösen können. Das funktioniert nicht. Und dann komme ich jetzt auch einmal zu dem Kampflok. Das müssen wir uns jetzt nicht weiter angucken hier. Und hier haben wir den einmal. So, wir sehen jetzt hier die Stapel. Ähm, hier ist die erste. Immer da, wo der Stern ist, ist die aktive Fähigkeit, die er raushaut. Das hat er hier in der neunten Runde gemacht. Dann in der sechzehnten. Dreiundzwanzigsten. Bisher nichts außergewöhnlich. Äh, nicht außergewöhnlich. Dreißigsten. Und hier ist es dann schon auffällig. Hier macht er das in der dreißigsten. Und in der dreißigsten. Das sehen wir jetzt auch hier, dass der, ähm, erlittene Fähigkeitsschaden vom Feind, also vom Ziel, schon bei 42% ist. Und wenn wir jetzt die, ähm, 25, äh, die, die 25, äh, Stacks insgesamt nimmt von dem einen Barbaren und dem anderen Barbaren, ich meine natürlich die 15, äh, Stacks nimmt, dann sind wir insgesamt bei 30. Ähm, da wären wir schon ein bisschen drüber. Das heißt, wir können da, glaube ich, nochmal, ja, eine Runde früher von abziehen. Wir wären hier insgesamt bei erlittenen Fähigkeitsschaden 45%, ähm, die das Ziel mehr bekommt. Na, das wären jetzt, ähm, die 15 Stacks. So, 14 brauchst du aber nur bei zwei, äh, Zielen, die du triffst. Wenn du natürlich jetzt drei Ziele triffst, oder es geht ja sogar bis zu fünf, dann geht das natürlich deutlich schneller, ähm, und dann löst die Fähigkeit, die aktive Fähigkeit nochmal aus. Könnt direkt mal weitergucken. 37. Nicht außergewöhnlich. 42. 44. Da wird er dann auch wieder. Hier bei 45% sogar. Äh, bei, ja, 45%. 48. 48 und 51. Da ging das auch relativ schnell hintereinander. Dann schon. Wir hatten aber jetzt eine Runde, wo es dann ziemlich nah beieinander war. Man kann sich ja natürlich auch täuschen. Das ist einfach nur so aus. Ja, hier. Die letzte Runde. Wie ich, äh, gesagt habe. 79. Und die 81. Na, das ist schon ziemlich krass, wie viel Fähigkeitsschaden herauskommt. Aller Schaden sogar 80%. Und so funktioniert das, ne? Also, es ist eigentlich ziemlich gut, wenn man, äh, schaut, dass man, ach nee, der, der Barbar macht 80% Schaden. Ähm, aller Schaden. Ist ja auch wurscht. Ähm, es ist halt ziemlich wichtig, je mehr Ziele Hermann erreicht mit seinem Giftschaden, umso schneller hast du die Möglichkeit, halt, äh, äh, die aktive Fähigkeit nochmal droppen zu lassen. Das ist also, in jeglichen Tests, die du, ähm, machst, im 1 gegen 1, wird das nicht die volle Wirkung machen, was, äh, was, äh, Hermann kann. Ich hoffe, euch erklärt das ein bisschen, wie der, ähm, ähm, wie die Expertise von dem Hermann Prime funktioniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin macht's gut.